Guten Tag, liebe Orakelfreunde, hier sind die Astro-Antwort-Impulse, ich bin wie immer Anni und ich freue mich, dass du wieder bei mir bist. Heute schauen wir auf deine Kalenderwoche 50 und die 50 ist eine besondere Zahl, die besteht aus der 5 und der 0 und die 5 mit der 0 dahinter, die potenziert die Möglichkeit, dass man sich für irgendeinen Weg entscheiden kann oder einen Weg entscheiden muss. Ich habe heute im Gepäck das Tarot de Marseille, ein bisschen älteres Deck, ein bisschen altertümliches Deck und da werde ich mal gucken. Das ist nämlich ganz neu, wie ich damit, wie sich das so anfühlt, damit zu legen. Dann habe ich noch ein paar Lennys als Klärungskarten dabei, die Lennys, wisst ihr, verwende ich sehr gerne, das mystische Lennermand und zum Abschluss haben wir auch noch das kleine Buch der Antworten und da können wir uns schöne Abschlussbotschaften holen. Die Karten habe ich bereits einmal vorgemischt und ich möchte euch die Energie am Unterdeck zeigen. Hier haben wir es mit dem Herrscher zu tun. Der Herrscher eine traditionelle Energie, eine starke Energie, eine bodenständige Energie, aber auch eine sehr starre Energie. Wir müssen jetzt erstmal schauen, was das zu bedeuten hat. Lasst uns jetzt erstmal gucken, was das Wochenthema sein soll. Ich habe diese Karten bereits für euch gemischt und die Karten werde ich jetzt intuitiv ziehen. Wir haben jetzt erstmal eine Hauptenergie für diese Woche, die wir ziehen. Und hier haben wir den Buben der Kelche. Der Bube der Kelche kann für viele Dinge stehen. Der Bube der Kelche kann für Kinder stehen, sehr junge Personen stehen, die überwiegend blond oder hellbraun, haarig sind. Und es kann aber auch für Personen stehen, die halt keine besonders ausgereifte emotionale Energie haben. Vielleicht weist dich dieses Bild, diese Energie auch darauf hin, dass du emotional wie ein Kind auf Dinge zugehen sollst. Also noch unbedarft, noch unvergiftet von dem Lauf der Dinge, vom Lauf der Welt. Und wir werden gleich mal direkt dazu klären mit den Lennys. Was soll uns das bitte schön sagen? Was wollt ihr uns dazu sagen? Was soll das bedeuten? Hier haben wir einmal schon Treffen. Wir haben einmal den Park bei den Lennys. Legen wir einmal kurz hier zu. Und was soll uns das Ganze noch sagen? Worauf will uns das Wochenthema hinweisen? Also diese 20, die 20 im Lennermand, der Park, der soll uns darauf hinweisen. Und habe ich es nicht gerade noch gesagt? Was ist von dir gefragt? In dieser Woche 50, du sollst ein bisschen aus deinem gewohnten Umfeld rausgehen. Sei unbedarft, wie ein Kind, geh auf die Dinge zu. Und du solltest dich ruhig mehr aus deinen vier Wänden in die Öffentlichkeit trauen. Jetzt haben wir gerade Winter. Wir gehen ja nicht so viel raus. Aber du weißt, jetzt kommt die schöne Weihnachtszeit. Am 3. Dezember haben wir den 1. Advent. Und die Weihnachtsmärkte haben geöffnet. Du brauchst also ein bisschen Raum raus aus deinen gewohnten vier Wänden. Sei kein Stubenrocker in dieser Woche, bekomme ich rein. Also, das ist die Energie, die dich in dieser Woche begleitet. Und ich bin schon mal heilfroh, nachdem ich jetzt die Kalenderwoche 36, äh Quatsch, die Kalenderwoche 49 hier für euch gelegt habe. In der letzten Woche bin ich schon mal ganz, ganz froh, dass das keine Karte ist, die wieder auf dem Kopf fliegt und wo böse Mächte im Spiel sind. Eines muss ich noch dazu sagen, wenn du neue Menschen triffst, das will ich jetzt nicht verschweigen, und da Emotionales an dich herangetragen wird, ich meine jetzt Personen, potenzielle Partner, rausgehen, Menschen kennenlernen. Wenn du noch Single bist, dann geh bitte nicht davon aus, dass das direkt die große Liebe ist, die da signalisiert wird. Das sind in der Regel erstmal kleine Gefühle, die hier gezeigt werden. Das können nette Komplimente sein, das kann eine nette E-Mail sein von irgendwem. Also in dem Kelch, guck mal, guck mal dieser Kelch, ja, da ist was drin, aber da sind schon Früchte drin, aber es ist bisher nur ein Kelch, noch eine sehr kindliche Energie. Schauen wir weiter. Jetzt geht es für uns im nächsten Bild, und schau, da hat sich schon was rausgeschoben, für das, was definitiv in dieser Woche passieren wird. Und jetzt haben wir auch noch den König der Kelche. König der Kelche. König der Kelche spricht immer oder spricht gerne für einen treuen Ehemann, für einen vielleicht sogar potenziellen Ehemann, für einen passenden Partner, für jemanden, der mit dir auf gleicher Linie schwingt. In der Regel geht es hierbei um eine männliche Person, und das ist ein Mann, wahrscheinlich über 40, und das ist ein Mensch, der kein Problem hat, mit seinen Gefühlen umzugehen, Gefühle zu äußern und Gefühle zu leben. Das wird auf jeden Fall auf dich zukommen. Das ist schon mal eine gute Nachricht, und wir wollen jetzt schauen, was kommt in dieser Woche garantiert nicht auf dich zu. Das beruhigt mich sehr, weil wir haben hier einmal den Buben der Stäbe, und der Bube der Stäbe ist jemand, auch eine jüngere Person, jemand, der sehr unreif und unreflektiert mit seiner Wortwahl umgeht, der andere Menschen schnell verletzt. Und deswegen bin ich jetzt auch schon mal ganz glücklich, dass das hier garantiert nicht passieren wird. Auf der anderen Seite steht das Bild natürlich auch für dich, und das bedeutet, du wirst garantiert auf deine Worte achten, du wirst keine verletzenden Worte aussprechen in deinem Umfeld, und du wirst auch nicht unüberlegt sein in allem, was du tust. Das ist sehr gut. Ja, was wird garantiert passieren? Kann auch ein bisschen deine Energie sein, das heißt, du bist einer sehr reifen Energie, die wohlwollend, sozial eingestellt, sehr nett zu allen Menschen. Du hast eine sehr fürsorglich-emotionale Strömung an dir, und das ist sehr, sehr gut. Ja, das verspricht ja schon mal eine gute Adventszeit zu werden. Lass uns weiterschauen. Kalenderwoche 50, bitte. Gebt uns bitte noch mal Botschaften. Ui, hier haben wir ja schon mal den ersten Wochenimpuls. Du weißt, ich wähle immer ganz gerne zwei. Da haben wir jetzt schon. Siehst du, heute sind die Karten wieder sehr springfreudig. Und wir haben hier sogar zwei Karten liegen. Das lasse ich jetzt sogar so. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Und wir brauchen noch eine Quintessenzkarte, die uns hier den Abschluss bietet. Die lassen wir jetzt erst mal noch mal zugelegen. Also, es scheint doch eine sehr emotional-harmonische Woche zu werden. Und was ich reinbekomme, ganz sicher macht es für dich Sinn, dich aus deinem häuslichen Umfeld rauszubewegen, mit einer neuen, frischen, emotionalen Energie hier auf die Welt zuzugehen. Und hier scheint es sich zu lohnen, Menschen zu treffen. Geh ruhig an öffentliche Orte. Obwohl, ich habe ja immer so ein bisschen Angst im Moment, wegen diesem ganzen Krieg unten in Israel und im Gazastreifen an öffentliche Orte zu gehen. Aber hier wird zum Beispiel angesprochen, dass man auch gesellschaftliche Ereignisse besuchen soll. Du wirst ganz sicher Einladungen bekommen, die hier auf dich zukommen. Das können Einladungen sein, Privatpartys, Einladungen von Freunden, von Bekannten oder jemand nimmt dich zu irgendeiner Party mit. Und du solltest alle diese Gelegenheiten unbedingt wahrnehmen, weil jetzt kommt hier eine ganz gute Strömung für dich rein. Nämlich, da kannst du so eine Person treffen. Deswegen rate ich dir, nimm Einladungen an, auch wenn sie erst mal auf den ersten Blick gar nicht so reizvoll sind für dich. Schauen wir weiter. Erster Wochenimpuls. Und da bist du immer noch so ein bisschen in dir selbst, in der Zurückgezogenheit, im Rückzug. Und haben wir es nicht gerade gesagt, du sollst aus diesem Rückzug raus. Und das ist die Strömung, die dich in dieser Woche begleitet. Man will dich ein bisschen aus deinem Schneckenhaus rausholen. Du hast wahrscheinlich viel hinter dir. Du hast vielleicht vieles durchlebt. Denn der Eremit, das ist eine Karte, eine Energie, die sucht alleine nach dem inneren Licht. Und ich gehe mal davon aus, dass du mit deinem Single-Leben, wenn du Single bist, sehr, sehr gut zurechtkommst. Und dass du diese Zeit nutzt, um dich weiterzubilden, um dich weiterzuentwickeln, um dein eigenes inneres Licht zu suchen. Ja, das ist eine sehr gute Energie. Auch wenn du ein Single bist, dann ist diese Zeit für irgendetwas gut. Du sollst zu dem inneren Kern deiner Persönlichkeit vorstoßen. Und du sollst zu dir selbst kommen und das Beste aus dir selbst machen. Das ist gut und schön. Aber es ist jetzt an der Zeit, mit neuer emotionaler Frische auf die Welt zuzugehen, das hier, dein Kelt neu zu füllen, mit neuer Lebensfreude, neuen Ideen, neuen Sichtweisen. Du sollst kein Eremit mehr sein. Das ist die Energie, wo du im Moment noch bist. Ja, du hast dich ein bisschen zurückgezogen oder die andere Möglichkeit, das Pendant ist, du hast es mit einer Person zu tun, die sich lange Zeit zurückgezogen hat. Und es kann durchaus sein, dass von dieser Person, ja, so ein kleiner emotionaler Ansatz kommt, dass sie vielleicht aus ihrem Einsiedler-Dasein oder aus ihrem Rückzug zurückkommen möchte. Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Ja, jetzt haben wir auch noch den Buben der Stäbe. Der Bube der Stäbe ist auch wieder so eine Energie. Es scheint bei dir um Erneuerung zu gehen. Du hast dich aus einer langen Zurückgezogenheit, du hast dich lange zurückgezogen und aus dieser Zurückgezogenheit, da sollst du auch Initiative entwickeln, wieder auf andere Menschen zuzugehen. Ja, und hier, schau mal nochmal hier drauf, du sollst Einladungen wahrnehmen. Vielleicht ist es auch für dich an der Zeit, selber mal eine Party zu machen, Freunde einzuladen, einfach eine gute Zeit zu haben und ja, weiter zu gehen. Denn die Stäbe, bei den Stäben geht es immer um Aktionen, um Initiative und hier kann das durchaus sein, dass du dich gerade durch deinen Rückzug unheimlich weiterentwickelt hast und jetzt ist die Zeit für dich gekommen, wieder aus diesem Rückzug vorwärts zu gehen in neue Aktivitäten. Sehr, sehr wichtig für dich persönlich diese Woche. Habe ich ja gerade schon gesagt, die 5. Die 50 besteht aus der 5 und der 0. Die 5 ist immer eine Zahl, die für eine Entscheidung steht. Wie geht es weiter? Mache ich jetzt weiter, so wie bisher, oder gehe ich einen neuen Weg? Hier sind alle Möglichkeiten offen und da wir es hier mit einer Woche 50, also der 5 und der 0 zu tun haben, geht es jetzt darum, wirklich mit der Energie des Narren und wir erinnern uns, das ist die 0, vorwärts zu schreiten. Lass uns weiter schauen. Lagen die jetzt so, ja? Ne, die lagen jetzt so. Was haben wir denn jetzt hier? Hehe. König und Königin der Münzen und beide lagen jetzt auf dem Kopf. Das hier ist ein Ehepaar, was in dieser Wochenenergie auf dich zukommt. Hier geht es um ein Ehepaar. Das sind Eheleute, ja? Ganz sicher. Und diese Eheleute, da hast du, bekommst du irgendetwas mit zu tun und da diese Eheleute hier auf dem Kopf stehen, ist das so, dass es um diese Ehe nicht sehr gut bestellt ist. Das ist natürlich jetzt sehr interessant. Jetzt würde ich gleich mal klären mit den Lennys, was das nicht jetzt hier zu bedeuten hat. Ein Ehepaar, das auf dem Kopf steht und wenn so ein Paar richtig auf dem Kopf steht, König und Königin der Münzen, das sind dann Leute, die gut situiert sind, wo alles eigentlich nach außen stabil aussieht. Aber da diese beiden Karten hier auf dem Kopf stehen, sind diese Menschen nach außen etwas, was nach innen hin nicht gelebt wird. Und da bin ich jetzt, diese Karten sind ja zusammengefallen. Hast du das gesehen? Hier geht es um ein Ehepaar. Du bekommst das zu tun mit einem Ehepaar und bei diesem Ehepaar, da, und ich vermute mal, das hat was hier mit zu tun. Das ist jetzt interessant. Bitte gibt uns mal eine Klärung auf dieses Ehepaar. Eine interessante Sache. Bitte, ich brauche noch mal eine Klärung auf den König und die Königin der Stiebe. Hier haben wir einmal schon mal eine Botschaft liegen, eine Nachricht liegen. Ich vermute mal, das von diesem Ehepaar, das sind zu viele. Das sind zu viele. Die nehme ich nicht. Das sind einfach zu viele. Okay. Bitte gibt uns noch mal eine Botschaft, weil, na gut, wenn es denn so sein soll. Wir haben da einmal den Mond. Hier geht es auch um Seelenbotschaften, um emotionale Nachrichten, aber auch um Nachrichten, die am Abend kommen. Und hier hat es etwas zu tun mit emotionalen Verstrickungen. Habe ich es nicht gerade noch gesagt, dass es bei diesem Ehepaar geht es, diesem Ehepaar geht es nicht gut. Ja. Und ich vermute mal, euiuiui, ich ahne schon wieder Schlimmes, dass dieser König der Kelche ist der König der Münzen. Es ist ein und dieselbe Person, um die es hier geht, denn dieser König der Münzen, der stellt ja den, die solide Ehe da, wo alles okay ist, hin und her, und hast du ihn nicht gesehen, aber im Inneren sieht es sogar bei beiden Eheleuten nicht gut aus. Du bekommst eine Nachricht über eine Ehe, über einen Mann, der, der ist nicht ganz, was ich jetzt reinbekomme, dass du, du hast irgendwas zu tun mit dieser Ehe. Ich will jetzt nicht sagen, dass du jetzt hier die heimliche Geliebte bist oder so etwas. Auf sowas sollte man sich niemals einlassen, weil man dabei immer den Kürzeren zieht. Aber du bekommst am Abend Nachricht von einer Frau oder eine Nachricht, die auf Umwegen zu dir kommt und aus irgendeinem Grund ist es wichtig, dass du diese Nachricht bekommst. Und die Nachricht, die du bekommst, die wird was zu tun haben mit dem König und der Königin der Münzen, die hier zwar nach außen das grandiose Paar darstellen, wo es aber tatsächlich nicht so ist. Eih, das ist complicated. Wahrscheinlich ist der König der Münzen diese Person, die sich vor dir zurückgezogen hat, kriege ich rein. Ja, aber jetzt scheint es doch so zu sein, dass diese Person hier wieder in eine Aktivität kommen möchte, weil diese Ehe ist wichtig und die Ehe ist heilig. Das will ich hier nicht falsch darstellen. Ich finde, dass die Ehe eine wichtige Institution ist und Menschen, die sich lieben, die zusammen sind, die sollten auch irgendwie heiraten. Ja, ich bin altmodisch, ich gebe es offen zu. Aber hier scheint es so zu sein, dass da wohl tatsächlich gewisse Gefühle sind mit einer gebundenen Person und diese gebundenen Person, hier werden wir hingewiesen darauf, dass diese Ehe keinen Bestand haben wird. Ich will dich nicht dazu verleiten, einer anderen Frau ihren Mann zu neigen oder sonst irgendwas. Ich halte davon nicht. Verheiratet ist verheiratet und wer das nicht mehr will, wer nicht mehr glücklich ist, der muss halt was tun, der muss eine Entscheidung treffen, damit auch diese Königin der Münzen wieder ein neues Leben anfangen kann. Aber für dich kommt es jetzt darauf an, dass du aus dir rauskommst, aber ich bekomme auch rein im Umkehrschluss, dass dieser König der Münzen dich um ein Treffen ersuchen wird. Der wird dich um ein Treffen ersuchen. Okay, jetzt gucken wir erstmal auf den Rat der Karten. Hier haben wir jetzt einmal die 5 der Kälte und die 5 der Kälte deswegen, ich sag dir warum, oh jetzt kann man die gar nicht sehen, na gut, hier haben wir die Quintessent, den Rat der Karten. Du hast was zu tun gehabt mit diesem, dieser Person hier und diese Person hatte dich bereits enttäuscht. Das solltest du auf keinen Fall vergessen. Ja, wenn man enttäuscht wollen, soll man das nicht vergessen, aber man muss auch irgendwann vergeben. Vermutlich hat diese Person dich enttäuscht, weil sie gebunden war, ist deswegen in den Rückzug gegangen, aber jetzt sollen die Dinge in Gang kommen. Ja, das war zu wenig, was man dir gezeigt hat, aber jetzt will man vorsichtig wieder einen Schritt auf dich zumachen. Lass uns nochmal weiterklären. das ist es geht hier um jemanden aus der Vergangenheit. Hier kommt jemand aus der Vergangenheit wieder zurück und hier kommen die Dinge in Gang. In der Vergangenheit hat man dich vielleicht so behandelt, also mit harten Worten, verletzend, aber jetzt will man dich so behandeln, wie es eines Königs würdig ist. Vorher war man immer in der Pagenenergie, in der unterentwickelten emotionalen Energie, die so ein bisschen ihre kindliche Befriedigung sucht, aber das geht jetzt raus. Und du sollst aber nicht vergessen, was dich damals an diesen Menschen enttäuscht hat und das wirst du möglicherweise später oder in einem Gespräch auch mit thematisieren. Die Fünfter Kelche bedeutet immer, man ist enttäuscht, aber es ist irgendwo noch etwas in diesem Kelchen drin. Die Sache ist noch nicht abgeschlossen. Was hat das hier Aufsicht? Ich möchte hier noch weiter klären, weil ich denke, da ist das am wichtigsten. Warum musst du das wissen mit diesem König Aha? Ich verstehe. Jetzt haben wir hier das Kreuz. Hier geht es einmal weil warum hat sich das verzögert? Warum hat er seine Gefühle für dich nicht offen gezeigt? Weil hier diese beiden karmische Partner waren. Aber auch du hast mit dieser Person, mit diesem falschen König der Münzen, aber mit dem echten König der Kelche ein Karma. Deswegen sollst du das wissen. Wer auch immer dich da enttäuscht hat, bitte gib uns noch mal eine Botschaft hier. Warum müssen die Zuschauer das wissen? Warum soll die Reisegruppe das wissen? Da bist du. Du bist die Frau, die in der Himmel schriegt. Jetzt guck dir das gut an. Ich habe es geahnt. das Kreuz mit der Hauptperson bedeutet immer vom Schicksal geschickte Frau, vom Schicksal geschickter Mensch. Bitte seid nicht böse, lieber Männer. Hier geht es darum, dass dieser Mensch von dem umgekehrten König der Münzen zu einem aufrechten König der Kelche wird. Einfach deswegen, weil diese Person ihre Gefühle leben soll und du bist die Frau, die für diesen Mann bestimmt ist. Du bist diese Frau, sonst wärst du ja nicht gefallen. Hier geht es um schicksalhafte Ereignisse und das ist sehr interessant. Also wer auch immer das war, der dich da in der Vergangenheit enttäuscht hat, diese Person kommt zurück. Diese Person kommt zurück und die wird dich wahrscheinlich um ein Treffen ersuchen, die wird diese Person wird natürlich nicht von vornherein ihre vollen Gefühle offenbaren. Das wird diese Person garantiert nicht tun, denn sie weiß eines ganz genau hier, das hier ist passiert. Wie wirst du mit der Situation umgehen? Das interessiert mich jetzt noch. Fragen wir noch mal die Lennys zum Abschluss der Legung. Wie wirst du damit umgehen? Das ist einmal die erste Antwort. Lass uns noch mal auf eine zweite Lennie gucken. Lösung die Sicherheit der Schlüssel steht immer dafür, dass man den Schlüssel zu irgendetwas bekommt, den Zugang zu irgendetwas eine was auch immer dich betrübt hat in der Vergangenheit es wird jetzt kurzfristig innerhalb der nächsten zwei Wochen bis zwei Monate hier bei dieser Geschichte zu einer Lösung kommen. Was aber in der Kalenderwoche 50 passiert, du bekommst auf Umwegen irgendeine Nachricht und die hat was mit dieser Person hier zu tun, dass die Dinge nicht so sind, wie sie zu sein scheinen, dass er eigentlich in dieser Verbindung nur noch Gefühle heuchelt und dass du tatsächlich die Frau bist, die er eigentlich haben will. Also schau es dir gut an, was auch immer dich da so betrübt hat, es wird eine Lösung geben und diese Lösung diese endgültige Lösung. Guck mal, hier ist das Sonnenzeichen und dieses Zeichen, siehst du das hier oben, das bedeutet immer Gott in allem und das steht dafür, hier hat das Schicksal auch seine Finger im Spiel. Eine interessante Legung. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, die 50 steht immer für die potenzierten Sendepunkte im Leben und hier scheint in deiner persönlichen Liebesangelegenheit in dem, was dich so lange Zeit bewegt hat, einen Fortschritt zu kommen. Du hast dich nämlich, weißt du was, du hast diese Türe geöffnet. Du bist derjenige, der den Schlüssel ins Schloss gesteckt hat, dadurch, dass du losgelassen hast. Du hast dich entschieden, deinen eigenen Weg zu gehen. Du hast dich entschieden, okay, das Spiel mache ich jetzt hier nicht mit. Ich gehe vorwärts und ohne es zu wissen, hast du hier hinter deinem Rücken den Schlüssel ins Schloss gesteckt. So, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Bleibt gesund. Lasst euch nicht abspeisen mit Dingen, die für euch zu wenig sind. Du bist auf einem sehr guten Weg. Wir sehen uns zur nächsten Wochenlegung. Bitte vergiss dein Like nicht und dein Abo. Wir sehen uns.